Das James-Webb-Teleskop hat ein unglaubliches Foto gemacht, das auf den ersten Blick Ähnlichkeit mit einer Art Wurmloch hat. Wir schauen uns das mal genauer an und klären, was es mit einem ominösen kosmischen Loch auf sich hat, das in dem Bild zu sehen ist. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran, um eure tägliche Dosis Weltraum zu bekommen. Und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und einen Kommentar, denn es bringt den YouTuber-Algorithmus dazu, dieses Video noch mehr Menschen anzuzeigen. Vielen Dank Leute und herzlich willkommen! Ich bin sehr gespannt auf eure kreativen Ideen. Haben alle ihre Ideen in den Kommentaren verewigt? Okay, dann verrate ich euch nun, dass es sich hier um die Galaxie M74 handelt. Eine Sterneninsel, die sich 32 Millionen Lichtjahre von uns entfernt befindet und deren Aussehen man eigentlich ganz anders kennt. Hier sehen wir die Galaxie aufgenommen vom Spitzer Weltraumteleskop, das genau wie James-Webb im Infrarotbereich operiert. Die Aufnahmen von Spitzer und James-Webb eignen sich also sehr gut für Vergleiche und genau solch einen Vergleich habe ich hier mal für euch vorbereitet. Wir sehen hier zwei Bilder von ein und demselben kosmischen Objekt. Zwei Bilder der Galaxie M74. Links James-Webb, rechts Spitzer. Unglaublich, oder? Wirklich eine eindrucksvolle Demonstration von der absoluten technischen Überlegenheit von James-Webb. Das Bild wurde aus Daten des James-Webb-Teleskops vom Astronomen Gabriel Brammer von der Uni Kopenhagen erstellt. Den Link zu seiner Website, auf der es das Bild in hoher Auflösung gibt, habe ich euch in die Videobeschreibung gesetzt. Er verwendete Daten vom James-Webb mit Infrared-Instrument, kurz MIRI, und übersetzte jede der Infrarotwellenlängen, die von der Galaxie ausgehen, in Rot, Grün und Blau, und kombinierte sie dann zu einem Bild. Und heraus kam eben dieser wunderschöne kosmische Strudel. Gabriel Brammer schrieb dazu auf Twitter, Mit dem Wort Zigarettenrauch sollte er vermutlich vorsichtig sein, sonst fordert irgendein Politiker bald ein galaktisches Rauchverbot. Was er meint ist aber, die spezielle Zusammensetzung von M74 lässt sich eben in genau diese Farben übersetzen. PAC steht für Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe, für was sonst. Und das sind große Moleküle, die aus mehreren Kohlenstoffringen bestehen, an deren Rändern Wasserstoffatome baumeln. Bei schon geringer Hitze geraten die Atome dieser Moleküle auf unterschiedliche Weise in Bewegung, was dann zur Aussendung von Strahlung verschiedener Wellenlängen führt. Und diese imitierte Strahlung wird dann von James Webb aufgefangen und schließlich in ein solches Bild übersetzt. Solche Bilder sind also immer nur Übersetzungen aus dem Infrarotbereich in den optischen Bereich unserer Augen. Solange ihr nicht wie Superman einen Infrarotblick habt, würdet ihr M74 also in der Realität nicht so sehen können wie auf dem Bild. Noch mehr Informationen erhalten wir, wenn wir uns James Webb Blick auf M74 im nahen Infrarotbereich ansehen. Hier sehen wir deutlich die zentrale Region der Galaxie, in der die Sternendichte am höchsten ist. Von dieser zentralen Region zweigen die Spiralarme ab, aber das Auffälligste ist, dass die Galaxie nicht so klar begrenzt zu sein scheint, wie beispielsweise auf der Spitzeraufnahme. Das zeigt deutlich, dass Galaxien eigentlich viel größer sind, als gemeinhin angenommen wird und dass es keine klare Grenze gibt, hinter der die Galaxie plötzlich aufhört. Stattdessen befindet sich auch noch weit außerhalb des optisch wahrnehmbaren galaktisches Material, also vor allem Ansammlungen von Wasserstoff, Helium und anderen Molekülen. Und durch diese Aufnahme von James Webb sehen wir erst die wahre Größe von M74. Eine solche Aufnahme unserer Milchstraße wäre auch unfassbar faszinierend, aber da wir in der Milchstraße drin sind und sie nicht von außen fotografieren können, wird das wohl nichts. Ein Aspekt ist mir an dem Bild auch noch besonders aufgefallen. Dieses mysteriöse Loch, was ist das? Ein Wurmloch und der Eingang in einen geheimnisvollen Raumzeittunnel? Wohl nicht. Stattdessen handelt es sich hier um einen Bereich, in dem das interstellare Gas verdrängt wurde. Die Harvard-Astronomin Alyssa Goodman beschreibt es wie folgt. Die großen, leeren, runden Plätze in diesem erstaunlichen neuen James-Webb-Bild von M74 sind wahrscheinlich riesige Hohlräume, die von vielen Supernovae verursacht wurden, die parallel stattfanden und weitere Sternentstehungen, rote Kleckse, an den Rändern der Hohlräume auslösten. Wir sehen hier also die Folge einer Sternenexplosionskaskade. In diesem Bereich gab es vermutlich viele Sterne mit einem ähnlichen Alter. Als einige davon in einer Supernova-Explosion ihre Hülle abgestoßen haben, triggerte die freigesetzte Energie weitere Sterne und so wurde ein regelrechter Supernova-Domino-Effekt ausgelöst. Wie wir vom König der Löwen wissen, gibt es aber einen Circle of Life und deswegen kommt es durch sterbende Sterne auch meist zur Entstehung neuer Baby-Sonnen. Denn die Supernova-Explosionen quetschten das interstellare Gas am Rande des galaktischen Lochs zusammen und aus dem zusammengeknubbelten Wasserstoff entstanden viele neue Sternentstehungsregionen, die wir als rote Flecken am Rande des Lochs sehen. Ich finde es unfassbar faszinierend, wie viele kosmische Geschichten alleine schon in diesem einem Foto enthalten sind und wie viel es zu lernen gibt, wenn man sich so eine Aufnahme mal genauer anschaut. Reisen wir jetzt mal aus der Galaxie M74 zurück in unsere eigene Galaxis, die Milchstraße. Die kollidiert gerade mit einer Zwerggalaxie. Kein Witz und es wird noch verrückter, diese Zwerggalaxie könnte unsere Existenz verursacht haben. Um alles darüber zu erfahren, klickt unbedingt mal auf das angezeigte Video, es ist sehr spannend und schaut außerdem gerne auch mal bei meinem Crowdfunding vorbei. Ihr könnt dort euer eigenes plüschschwarzes Loch bestellen und mir helfen, das Projekt zu realisieren. Vielen Dank Leute, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!